Ja, hallo. In diesem Video wollen wir eine Formel für die komplexe Konjugation eines Quotienten zweier komplexer Zahlen herleiten. Das heißt, gegeben ist der Quotient zweier komplexer Zahlen und wir suchen eine Formel für die komplexe Konjugation, die hier durch diesen Oberstrich angedeutet ist. Ja, fragen wir uns zunächst, welche Hilfsmittel uns zur Verfügung stehen, um diese Formel herzuleiten. Ja, da haben wir die Definition der komplexen Konjugation und die sagt uns eben, wie man eine einzelne komplexe Zahl komplex konjugiert. Ja, also wenn ich eine einzelne komplexe Zahl habe, hier die Zahl z habe ich die mal genannt, dann muss ich das Vorzeichen des Imaginärteils einfach nur umdrehen und das habe ich hier gemacht und dann erhalte ich die komplexe Konjugation. Ja, also wir wissen bereits anhand der Definition, wie man eine einzelne komplexe Zahl konjugiert. Ja, das wissen wir. Aber hier habe ich eben keine einzelne komplexe Zahl, sondern einen Quotienten. Und wenn ich eine Summe, Differenz, ein Produkt oder hier einen Quotienten zweier komplexer Zahlen habe, dann weiß ich nicht, wie ich diese Konjugation durchführe. Das weiß ich nur für eine einzelne komplexe Zahl. Hier muss ich mir zunächst einmal eine Formel herleiten, um diese Konjugation durchführen zu können. Ja, kommen wir zunächst zur Lösungsidee. Wie kann ich eine Formel für die Konjugation eines Quotienten herleiten? Ja, da habe ich mir Folgendes überlegt. Wenn es mir gelingt, diesen Quotienten zweier komplexer Zahlen umzuwandeln in eine einzelne komplexe Zahl, dann kann ich doch diese Konjugation hier durchführen. Einfach das Vorzeichen hier des Imaginärteils umdrehen. Ja, also die Lösungsidee dürfte klar sein. Ich muss den Quotienten zweier komplexer Zahlen umwandeln in eine einzelne komplexe Zahl. Ja, die Frage ist jetzt bloß, wie schaffe ich es konkret, hier diesen Quotienten in eine einzelne komplexe Zahl umzuwandeln? Ja, also bevor wir das machen, skizziere ich erstmal die Idee. Ich habe also den Quotienten zweier komplexer Zahlen. Den möchte ich umwandeln in eine einzelne komplexe Zahl und da mache ich Folgendes. Ich erweitere hier diesen Bruch mit dem Komplexkonjugierten des Nenners, also mit Z2 quer. Gut, jetzt werdet ihr sagen, was hat das gebracht? Ja, dazu müssen wir uns an einen Satz erinnern, den wir bereits kennengelernt haben. Das war der erste Satz, den man in diesem Zusammenhang immer kennenlernt. Und zwar, wenn ich eine komplexe Zahl habe und ich multipliziere sie mit ihrer Konjugation, dann ist das Ergebnis eine reelle Zahl. Ja, und zwar hatten wir gesagt, das kann ich entweder so schreiben hier oder als x² plus y², wenn xy die Koordinaten sind. Ja, aber auf jeden Fall erhalte ich etwas Reelles. Also schreibe ich hier unten mal hin, reell. Ich nenne diese reelle Zahl x² plus y² mal r. Also da kommt eine reelle Zahl r raus. So, jetzt gucken wir uns den Zähler an. Da multipliziere ich eine komplexe Zahl mit einer anderen komplexen Zahl. Eine Konjugation ist ja auch nur eine komplexe Zahl. Und wenn ich zwei komplexe Zahlen miteinander multipliziere, erhalte ich wieder eine komplexe Zahl. Die nenne ich mal z. Ja, und wenn ich diese Zahl z ausführlich schreibe, zum Beispiel kann ich die schreiben als a plus bi, wobei a und b die Koordinaten sind. So, jetzt teile ich diesen Bruch hier noch auf. Nach den Regeln der Bruchrechnung kann ich diesen Bruch auch auseinanderschreiben als a durch r plus bi durch r. Und das i kann ich nach den Regeln der Bruchrechnung ja auch dahinter schreiben. Dann mache ich das hier mal weg, das i. So, und jetzt sehe ich, da habe ich tatsächlich das erhalten, was ich erhalten wollte, nämlich eine einzelne komplexe Zahl, wobei das hier der Realteil ist. Das hier ist der Imaginärteil und das ist die imaginäre Einheit. Und jetzt kann ich diese Konjugation durchführen, indem ich einfach dieses Vorzeichen hier, das Vorzeichen des Imaginärteils einfach umdrehe. Ja, fassen wir die Lösungsidee nochmal zusammen, bevor wir dann anfangen mit der konkreten Rechnung. Also, ich habe hier den Quotienten zweier komplexer Zahlen und den erweitere ich mit dem Komplexkonjugierten des Nenners. Und dadurch erhalte ich einen reellen Nenner und infolgedessen eine einzelne komplexe Zahl. Und wenn ich diese einzelne komplexe Zahl habe, dann habe ich gewonnen. Die kann ich nämlich ganz leicht konjugieren. Da brauche ich hier nur das Vorzeichen des Imaginärteils umdrehen. Das sagt mir eben die Definition, die Definition der komplexen Konjugation. Ja, das war die Beweisidee und jetzt kommen wir zum konkreten Beweis. Und da habe ich zunächst einmal Folgendes gemacht. Ich habe Z1 ausführlich geschrieben. Das heißt, den Realteil von Z1 habe ich A genannt und den Imaginärteil von Z1 habe ich B genannt. Ich hätte auch irgendwelche anderen Buchstaben nehmen können. Ja, das gleiche habe ich mit Z2 gemacht. Da habe ich den Realteil C genannt und den Imaginärteil habe ich D genannt. Ja, und die Beweisidee war eben, dass ich mit dem Komplexkonjugierten des Nenners erweitere. Und das Komplexkonjugierte des Nenners, wie lautet das? Das lautet eben C minus D I. Damit muss ich erweitern. C minus D I. So, und den Strich hier, den Querstrich, den muss ich natürlich jetzt größer machen. Gut, der nächste Schritt ist jetzt hier, ich multipliziere den Zähler aus. Das hier kann ich mal eben wegwischen. Das brauchen wir nicht mehr. So, der nächste Schritt ist jetzt, dass ich Zähler und Nenner jeweils ausmultipliziere. Dann erhalte ich hier A mal C. Ja, da gucke ich erst mal nach dem Vorzeichen. Plus A mal Minus D I ergibt schon mal ein Minus. Und A D I. Gut, dann erst wieder nach dem Vorzeichen gucken. Plus mal Plus ergibt Plus. Und B I C. B I C. Statt B I C schreibe ich das I nach hinten. Schreibe ich B C I. Das ist besser. So. Und jetzt kommen wir zum letzten Term. Da habe ich Plus mal Minus. Das ergibt schon mal Minus. Und B I mal D I ergibt B D I Quadrat. B D I Quadrat. So, das kann ich noch vereinfachen. Denn die Definition der imaginären Einheit lautet ja I Quadrat ist gleich Minus 1. Also kann ich statt I Quadrat auch hier den Faktor Minus 1 hinschreiben. Und der hebt sich mit diesem Minuszeichen hier auf. Denn Minus mal Minus ergibt Plus. Und dann erhalte ich dieses Ergebnis hier. Ja, auf die gleiche Art kann ich jetzt den Nenner hier ausmultiplizieren. Aber ich kann auch einfach diese Formel hier nehmen. Wenn ich eine komplexe Zahl mit ihrer Konjugation multipliziere. Das mache ich ja hier. Dann erhalte ich als Ergebnis die Summe der Quadrate der Koordinaten. Die Koordinaten heißen hier C und D. Und die Summe der Quadrate ist also C Quadrat plus D Quadrat. Ist also egal, ob ich das von Hand mache oder die Formel nehme. Gut, die Beweisidee wische ich jetzt hier weg. Wir brauchen Platz. Aber wir merken uns, bevor ich das wegwische, wie die beiden nächsten Schritte sind, die wir noch machen müssen. Zum einen muss ich Real- und Imaginärteil hier im Zähler trennen. Und dann muss ich den Bruch aufspalten, damit Realteil und Imaginärteil ganz getrennt sind. Ja, also zunächst mal Realteil und Imaginärteil im Zähler trennen. Und dann komplett trennen. So, bevor wir weitermachen, ich habe hier noch den Oberstrich vergessen. Den von hier, den muss ich ja noch übertragen. Den hätten wir beinahe vergessen. Aber jetzt geht es los. Wie gesagt, Realteil und Imaginärteil trennen. Realteil ist hier an diesem Zähler der Term AC. Weil da kommt kein I drin vor. Und BD ist auch real. Kommt auch kein I vor. Ja, und dann kommen zwei Terme hier in der Mitte mit I. Da kann ich das I ausklammern. Dann erhalte ich hier plus I mal BC minus AD. Ja, also ich habe schon mal Realteil und Imaginärteil getrennt. Zunächst einmal nur im Zähler. Ja, und wie gesagt, der nächste Schritt ist jetzt, dass ich den Bruch hier komplett auseinander schreibe. Wenn ich den komplett auseinander geschrieben habe, dann liegt also Realteil und Imaginärteil getrennt vor. Im Augenblick sind die nur im Zähler getrennt. Das hier ist der Realteil des Zählers. Das ist der Imaginärteil des Zählers. Aber jetzt, wenn ich den Bruch auseinander schreibe, dann liegen die beiden ganz getrennt vor. Ja, dann mache ich das mal. Nach den Regeln der Bruchrechnung ergibt das AC plus BD dividiert durch C² plus D² plus I mal BC. AC minus AD dividiert durch C² plus D². Da habe ich einfach nur das Gesetz über die Addition gleichnamiger Brüche umgekehrt angewendet. Von hier nach hier. Ich habe die Brüche wieder auseinander geschrieben. Und natürlich muss ich hier wieder diesen Querstrich übertragen. Das Zeichen für die Konjugation, das vergisst man leicht. So, jetzt habe ich es wirklich geschafft. Ich habe hier den Realteil. Da kommt nirgendwo ein I drin vor. Und hier habe ich den Imaginärteil. Da steht das I vor. Ja, und weil ich jetzt hier nur noch eine komplexe Zahl habe und nicht mal einen Quotienten zweier komplexer Zahlen, kann ich also diese Konjugation hier, diesen roten Querstrich, das ist ja die Konjugation, diese Konjugation kann ich durchführen. Das heißt, ich lasse den roten Querstrich jetzt hier weg und ändere stattdessen das Plus in ein Minus. Dann erhalte ich AC plus BD durch C Quadrat plus D Quadrat plus I mal, nein, nicht mehr Plus, wie gesagt, das ist jetzt ein Minus. Also aus dem Plus wird jetzt ein Minus. I mal BC minus AD dividiert durch C Quadrat plus D Quadrat. Ja, also nochmal. Die Konjugation kann ich jetzt endlich durchführen, denn Realteil und Imaginärteil sind getrennt. Und das mache ich eben, indem ich aus dem Plus ein Minus mache. Dann darf ich den roten Querstrich hier wegfallen lassen. Gut, jetzt hat die ganze Sache bloß einen Haken. Ich möchte ja das hier nicht als Ergebnis haben, sondern das Ergebnis soll durch Z1 und Z2 ausgedruckt werden. Ja, das heißt, ich muss diesen ganzen Term jetzt so umordnen, dass da nur noch hier A plus BI drin vorkommt, beziehungsweise C plus DI. Ja, aber nicht mehr so etwas wie C Quadrat plus D Quadrat oder BC minus AD oder so. Also diese beiden Terme hier, A plus BI beziehungsweise C plus DI, die dürfen im Ergebnis nur noch drin vorkommen. Ja, die kann ich nämlich dann zurückverwandeln hier in Z1 und Z2. Ja, diese Rückverwandlung hier in diese Terme, die kann man auf verschiedene Arten machen. Da muss man mal ein bisschen probieren. Wir machen am besten erst mal Folgendes. Wir schreiben die beiden Brüche wieder auf einen Bruchstrich. Dann erhalte ich hier, also der Nenner ist klar, der ist dann C Quadrat plus D Quadrat. Und der Zähler ist AC plus BD minus I mal BC minus I mal minus AD ergibt plus I mal AD. So, und dieses C Quadrat plus D Quadrat, das hatte ich hier, das war ja ursprünglich C plus DI mal C minus DI, also kann ich das hier ersetzen. Einfach hier oben nachgucken, durch C plus DI mal C minus DI. Okay. So, jetzt hatte ich ja gesagt hier, ich möchte diese Klammer oder diese Klammer hier erhalten. Fangen wir mal an hier mit dieser Klammer A plus BI. Ich gucke also mal, ob ich hier irgendwas ausklammern kann im Zähler, damit ich A plus BI erhalte. Wobei A plus BI muss es nicht unbedingt sein, es kann auch A minus BI sein. Denn A plus BI ist ja Z1, aber wenn ich da Z1 quer erhalte, ist ja auch kein Problem, ist ja auch eine Form von Z1. Also ich muss entweder A plus BI oder A minus BI erhalten. Und da muss ich also hier im Zähler den ersten und den dritten Summanden angucken. Da kann ich nämlich ausklammern das C. Das C kann ich ausklammern. Und dann bleibt über A minus BI. Ja, und das ist gut. Das ist nämlich sowas hier, beziehungsweise das Komplex konjugierte davon. Also das ist hier nicht Z1, sondern Z1 quer, aber das ist ja auch eine Form von Z1. Gut, kann ich das Gleiche jetzt vielleicht nochmal machen? Ja, ich kann und zwar hier und hier kann ich D ausklammern im Zähler. Da kann ich das D ausklammern, also plus D. Dann erhalte ich B plus AI. Ja, da werdet ihr sagen, das sieht ja jetzt so aus, als nützt das nicht viel, weil ich brauche ja A plus BI und nicht B plus AI. Ja, aber da kann ich einen kleinen Trick machen, den zeige ich euch jetzt mal. So, der Trick geht folgendermaßen. Ich multipliziere jetzt hier mit 1. Ja, und 1 ist das Gleiche wie minus 1 mal minus 1. Also minus 1 mal minus 1. Gut, dieses eine minus 1 hier, das multipliziere ich mit D. Dann habe ich hier ein Minuszeichen. Und das andere minus 1 ergibt I Quadrat. Aus diesem minus 1 mache ich I Quadrat. So, dieses I Quadrat bedeutet ja I mal I. Und dieses eine I multipliziere ich jetzt mit den D. Dann habe ich hier stehen Minus I mal D. Und das andere I multipliziere ich mit der Klammer. Dann erhalte ich da B mal I plus A mal I Quadrat. Und I Quadrat ergibt wieder minus 1. Also habe ich hier minus A stehen. Minus A. So, und jetzt multipliziere ich dieses Minuszeichen hier mit der Klammer. Dann wechseln hier alle das Vorzeichen. Okay. Und das schreibe ich andersrum. Statt Minus B I plus A schreibe ich A minus B I. A minus B I. So, und damit ist der Trick fertig. Ja, den Nenner muss ich mal eben nachtragen. Augenblick. Den übertrage ich nur mal. So, aber das war eben jetzt der Trick. Und jetzt habe ich hier, Augenblick, die Klammer mache ich mal ein bisschen näher ran. Jetzt habe ich hier das Gleiche erhalten wie hier. Nämlich das komplex konjugiert hiervon. Also Z1 Square. Das ist ja schon mal gut. So, jetzt kann ich noch mal ausklammern. Und zwar diese Klammer kann ich ausklammern. A minus B I. Dann habe ich hier A minus B I wird ausgeklammert. Und übrig bleibt C plus D I. C plus D I. Der Nenner wird nur übernommen. Also C plus D I mal C minus D I. Und jetzt kürze ich hier C plus D I weg. Ja, und der ganze Bruch wird sehr einfach. Der lautet nämlich A minus B I durch C minus D I. So, jetzt frage ich mich, was ist denn hier A minus B I? A minus B I ist die komplexe Konjugation von A plus B I. Also die Konjugation von Z1. Also kann ich da hinschreiben. Die Z1 Quer. Ja, also dieser Querstrich bezieht sich jetzt nur hier auf Z1. Da mache ich am besten mal hier so Klammern drumherum. Das ist dann eindeutiger. So, und was ist C minus D I? Das ist die Konjugation von C plus D I. Also die Konjugation von Z2. Also schreibe ich da hin Z2 Quer. Auch dieses Konjugationszeichen bezieht sich nur auf Z2. Ja, und damit haben wir eine Formel hergeleitet, beziehungsweise bewiesen, Wenn ich den Quotienten zweier komplexer Zahlen konjugieren möchte, dann kann ich das machen, indem ich ganz einfach C-Lor-Nenner einzeln konjugiere. Das ist also eine Regel, die vereinfacht das Konjugieren eines Quotienten sehr stark. Gut, damit sind wir am Ende. Ich verabschiede mich auf Wiedersehen. Ich verabschiede mich auf Wiedersehen.